Sagt wieder keiner was. Ja, ich habe vorhin angefangen. Achso, na gut, dann. Servus und hallo, Trials Rising, absolute Profis am Werk. Wieder irgendwelche Strecken rausgesucht. Ich hoffe es ist keine dabei, die wir jetzt vorher gerade gefahren sind. Mal punktgemischt, überwiegend leicht, zweimal mittel und einmal schwer. Ja, legen wir los. Ja, legen wir los. So. Zum Freischalten kaufen ein Fahrrad. Super, das regt mich schon wieder auf, so in-game Käufe. Egal. Ja, ich glaube aber mit der In-game-Währung musst du das kaufen. Na, okay, dann. Dann ist okay. Die sind wir gerade gefahren, oder? Kann das sein? Ah, egal. Ja, es ist halt echt schwierig zum sehen. Die müssen wir alles aufschreiben und merken. Da habe ich keinen Bock drauf. Ich bin sowieso zu blöd, du gewinnst. Oh, oh. Oh, volle Fresse zerlegt. Ja, jetzt versage ich schon bei komplett leichte Strecken. Geil. Warte, okay, ich lese das gleich. Ich kann es auch gerade nicht lesen. Boah, für die Fans hier. Boah, da bist du schon wieder ewig weit vorne. Ich bin gut ein paar Mal verkackt, was ich erwarte. Hier nochmal für die Fans. Wow, mega Trick. Oh, schade. Und nochmal. Boah, ich... Also bei mir lagst du wieder extrem, aber es liegt wahrscheinlich am Download. Deswegen kann ich fragen... Ach so. Ja, es wird wahrscheinlich am Download liegen. Oder laggt der Stream? Ich weiß es nicht. Laggt der Stream? Nein, Stream läuft einmal frei. Sogar bei mir. Gut. Okay, aber du könntest ja den Stream... Also... Schön, dass du zuschaust, aber ich glaube, der Download ist wesentlich schneller, wenn du den Stream einfach mal kurz ausschaltest oder so. Was? Was? Ja, er hat schneller runtergeladen, wenn er den Stream kurz ausschaut. Also nicht zuschaut. Hat er gerade... Hat er gerade meinen Zuschauern gesagt, die sollen ausmachen? Ja, natürlich. Ich meine, das, was ihr dann versäumt habt, könnt ihr bei mir am YouTube-Kanal nachschauen, ne? Ach so. So läuft der Bums hier. Ja. Jetzt ist er wieder beleidigt und angefressen. Aha, Gott. Nee, nee. Ich muss das gleich mal hier Customization machen. Ist tatsächlich relativ aufwändig, ne? Ist mir egal. Ja. Nein! Ah, schon wieder den entscheidenden Vorsprung vom Herrn rasten gelassen. Wie mir das ankotzt. Ich meine, wenn es wenigstens der Kai wieder gegen den wohl verliert, das ist ja vollkommen okay. Aber daher rasten. Ah. Ah. Ich bin hier. Ja. Das war's. Das war nicht so gut. Nicht so gut? Das, was ich hier gemacht habe. Hallo. Fuck. Also noch neun Minuten, dann habe ich das. Oh. Ich verstehe den nicht. Neun Minuten braucht er noch. Dann ist er soweit. Sprich, in der nächsten Runde ist er dabei. Kennst du das Spiel? Illuminat oder hast du schon mal gespielt? Äh, damals in der Berufsschule konnte man das ja immer online spielen. Boah, Alter, was ist das denn für ein scheiß Sprung hier? Oder? Also ich kenne es ja. Okay. Okay. Wie nimmt er denn mehr Speed auf? Da ist gegeben. Ach, du Witzknobel. Ja, was ist denn das für eine Frage? Ich komme da nicht drüber. Wir kommen hier auch nicht weiter. Oh, ich habe das gemacht. Oh, ich habe was gemacht. Ist das dumm? Wie soll denn das? Komm, ich komme. Wie soll denn das gehen? Scheiße. Ist das so dumm? Hä? Wie kommt man da durch? Was ist das denn? Wo? Bei dem, wo der Holzbalken in der Luft hängt, wo unten das Explodierfass ist, kurz vor dem, wo du jetzt bist. Oben auf den Holzbalken drauf. Ja, da komme ich nicht hin. Oder nicht? Oh. Ah, okay. Erledigt. Oh. Scheiße, ich war zu langsam. Wie hast du das jetzt gemacht? Ich bin einfach drüber gesprungen. Ich komme da nicht drauf. Ja, äh. Was drückst du nur noch da? Nee. Ich drück gar nichts. Ich drück Bremse und nach vorne lehnen halt. Äh, nicht Bremse. Gas geben und nach vorne lehnen. Es funktioniert aber nicht. Doch. Nein. Hat doch gerade klappt bei mir. Ich komme mit dem Hinterreifen nicht auf. Ich komme nur mit dem Vorderreifen berühre ich das Ding. Bei Vollgas. Was? Ich versuch das doch hier schon die ganze Zeit. Ich schau mal kurz bei dir rein. Zeig mal. Ich hab Pause gemacht. Lol, jetzt geht's. Hast du das? Okay. Wahrscheinlich nur gesagt, dass ich Pause mache. Nee. Ja, jetzt bist du. Das ist jetzt Tatsache. Also ich weiß es nicht. Boah, das war Glück. Nein, das war nicht Glück. Hier ist halt wieder so eine Stelle. Er ist halt nervig. Er springt halt nicht weit genug. Es ist halt einfach nur Geschichte wie du Gas gibst, wo du dich hinlegst. Äh, hinlehnst. Tja. Na komm. Ah scheiße. Okay, schnell geht überhaupt nicht. Komm halt langsam durch. WTF ey, ist das ein Scheiß. Achso, kurz vor dem Ziegel kommen. Der holt doch sonst wieder auf. Nö. So. Wo bist du denn? Wo hängst du denn? Wo ist denn dein Problem jetzt? Äh, hier aktuell gar keins. Mein Problem war vorher, dass Spike einfach nicht weit genug gesprungen ist. Aber das hast du ja offensichtlich dann ja geschafft. Naja, aber ich hab 40 mal vorher genau das gleiche gemacht. Ja, was kommt jetzt? Schwer. Du hast gesagt, du willst schwere Strecken. Jetzt hab ich da ein paar rein, aber wenn die zum Kotzen sind wahrscheinlich. Ja. 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 Boah. Es ist halt teilweise so mies, wenn du dann gerespong bist an den Punkt, dass du halt den Schwung nicht mehr hast, wie wenn du durchfahren würdest. Hängen wir mir gerade an derselben Stelle? Ja. Ja. Mein Gott, ist das ein Bullshit. Das ist eine schwere Strecke. Aber mich regt es gerade auf. Ich glaube, ich weiß, warum ich das Spiel nicht mehr gespielt habe. Hey, du hast gewonnen die Runde. Hä? Sieg durch Aufgabe von der Strecke, hab mich aufgeregt. Warum? Jetzt krieg ich null Punkte. Was ist das denn? Du bekommst null Punkte, wenn ich aufgib. Ich war doch gerade weiter. Ach so, Entschuldigung. Entschuldigung. Mach ich nicht mehr. Entschuldigung. Ich dachte, du hängst da eBQ und ist blöd und ne. Toll. Es tut mal leid. Ich muss sagen, es macht schon wieder Spaß. Der Spaß ist übertrieben. Es ist halt schon schön, das wieder mal zu spielen. Nächste Sunde kann ich mitmachen. Ja. Passt. Ich weiß nicht, wie viele Strecken da ist man nur am 2 oder so. Du kannst mir schon mal eine Freundschafts-Anfrage auf Dinge schicken, auf Ubisoft. Ich hab's über Steam gekauft. Es wurscht, du wirst zu Ubisoft weitergeleitet. Okay. Dann starte ich mal Ubisoft. Ja. Oh, das ist ein Bullshit. Da, hier runter. Hier, hier. Uplay, meinst du? Oh, Alter. Das ist ja Ubisoft. Real-User-Name. Bin ich da. Wer hätte damit rechnen können, ne? Aber beim Real arbeitest du nicht, oder? Ich warte drauf, bis mir irgendwer meldet, wegen Werbung oder so, ne? Oh, der macht hier voll Werbung für so einen Supermarkt-Dingens da. Boah, das ist ja voll mies, die Stelle da. Wo hängst denn du grad? Du bist im Ziel. Okay. Herr Rasten, du bist manchmal so wie... Ein Geist. Nicht wie ein Geist, wie die Leute, die immer in der Schule immer sagen, oh, ich hab überhaupt nicht gelernt, das ist so schwierig. Und dann hab ich lauter Einser. Das ist... Ja. Sag es doch, dass du da totalen bist. Tu es. Boah. Ubisoft Connect. Geil, ey, Junge. So sexy, wie viele Lausche es gibt, ey. Das ist ja hier wieder leicht. Ja. Ich hab's gemischt gemacht. Äh, so gut, jetzt gucken wir mal, was hab ich denn hier für... Ups. Freunde und Gruppen. Boah, wie kann man denn so blöd sein? Ja... Scheiße. Benutzername oder Username? Real-User-Name, hab ich gerade gesagt gehabt. Wir waren mir nicht mehr sicher. Wird noch real verstanden. Freund hinzufügen. Fack, 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 fack. Anfrage geschickt. Scheiße. Wo hängst denn du? Hinter dir. Ich hatte so meine Probleme mit der Windmühle. Ja, da bin ich grad. Hä, dann bist du bei der zweiten. Ja, bei der, wo du von hinten einhaken musst. Ach so. Ja, ich seh die doch. Ich hab die gesehen. Jawoll. Wenn's mal gut läuft, dann ist eine Stelle drin, wo ich so lange nicht weiterkomme, bis du überholt hast. Das ist zum Kotzen. Oh, Kühe. Spielstab. Oh, shit. Hier brennt's. Ja. Trialz. Äh, hier Feuereinsatz. Ja, aber bitte nicht von euch. Was soll das denn heißen? Na ja, schau doch mal deine letzte Folge nochmal an. Du hast selber gesagt, hey, wenn ihr Hilfe braucht, ruft nicht uns an. Aber, Feuer war aus, am Ende der Folge. Was kann man im Endeffekt mit diesen ganzen, äh, Steam-Gegenständen denn anfangen? Steam-Gegenstände? Welche Steam-Gegenstände? Welche Steam-Gegenstände? Bilder da, die, die man hat. Bilder? Sammel, Sammelkarten. Pfff. Ja. Du kannst, wenn du ein Set vollständig hast, kannst eintauschen gegen andere Karten. Okay, dieses Spiel nutzt eine Funktion zur automatischen Datenspeicherung. Will ich nicht. Also. Warum nicht? War Scherz. Da muss man das Spiel leise machen, ja. Und Musik würde ich ausschalten. Das ist nicht Copyright-Safe. Ja, ich streame ja nicht. Achso. Okay. Ja, dann ist wurscht. So, Kinders. Also, Nico, los, ich bin ready. Oh shit, man. Ja, ja, jetzt stresst mich nicht. Die muss hier mal noch... Ne, hier, Tutorial muss ich machen. Okay, ich gebe Gas mit. Nach oben. Oha! 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 Hört sie gut an. Oh! Ach du heiliger! Okay. Wo hängst du grad? Ach, direkt bei mir da. Auch an dem Sprung. Auch an dem Sprung. Komm da nicht rüber. Boah, ich hab nen fetten Unfall. Zurück. Strecke neu starten und es ist zurück an Control-Ponto. Keine Chance. Ja, sagt dir jetzt wieder, ne, hab ich geschafft. Ne, ist wirklich so. Ja, ja, ja. Ah, okay. Achso, das war ja einfach. So, ein... Aufhör, richter. Wunderbar. Wunderbar. Herzlichen Glückwunsch. hast du mittlerweile in controller ohne control ab du spielst echt mit tastatur macht er nicht du willst mir jetzt verarschen oder das spiel kann man glaube ich gar nicht mit tastatur spielen oder doch bei meinen symbol ja einfach mal würde ich sagen wenn wir es gewusst hätten hätten wir dann controller zu weihnachten schenken muss mich jetzt konzentrieren toll versammelt welche hautfarbe ich mache ja pink was ist denn jetzt fertig oder was ist fertig alles klar tschüss